Als allererstes möchte ich Redoc ein grosses Dankeschön aussprechen für die wertvolle Arbeit, die sie seit 50 Jahren leistet. Die SKG ist stolz, eine solche Organisation in seiner Reihe zu haben. Aber nicht nur die SKG kann stolz sein, die ganze Schweiz kann stolz sein auf diese Organisation. Redoc geniesst auch international einen hervorragenden Ruf. Die zahlreichen Schweizer Instruktoren, die in der Ausbildung im Ausland eingesetzt werden, beweisen das. Als SKG versuchen wir auch immer, den Stellenwert des Hundes in unserer Gesellschaft zu erhöhen. Auch dabei hilft uns die Arbeit von Redoc ungemein. Für Redoc wünsche ich mir, dass sie die Anerkennung bekommen, die sie auch verdienen, und dass sie weiterhin junge, motivierte Hundeführerinnen und Hundeführer finden, die bereit sind, den anspruchsvollen Weg für die Ausbildung mit ihrem Hund zu absolvieren. Die KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-K-G-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-KG-K-KG-KG-KG-KG-KG-KG-K